und kommen zurück zu einer folge ich weiß tschuldigung das luxus wird gerade ein bisschen reingelabert hat geht es in die wir spielen ja ich bin nicht losgekommen ich bin nicht losgekommen das war ganz dumm muss sich erde ich sehe die wo bist du ich bin nicht gut losgekommen ich bin auf meine gibt es mir eine gibt es mir einer gibt es mir eine gibt es mir hilfe auf ich bin tot ich bin tot war hatte die holzachs gehabt frage ich mich gerade ich hatte auch eine ich nicht die kriegt man die kiste ist er noch hinter mir glaube nicht deine richtung läuft niemand du bist der einzige der in die richtung läuft da hinten ist aber einer und ich muss aufpassen dass ich ich bin direkt hinter dir ich helfe dir beim baum abbauen ich beckte hätte man ein bisschen oder spiel sofort zu Ende dann kann ich noch eine andere Runde reinhauen abgängigen ja hauen das würde er sich gucken wenn er es mit so gehen ja ich will jetzt halt die Zuschauer nicht ich bin jetzt nicht hier umgurken eigentlich ganz gut ist im König am Anfang ja nicht in die Mitte rennen bei Rewo sage ich dir mal das liegt nicht im Boden das ist nämlich einfach mal zu dir mach ich extra gerade ich versuchte hat zu kraften und zwar mit ihm in der Kürbisse hier als Kürbisse du kannst das Kürbisse anziehen ich sehe den Stelle wo du dich runtergegraben hast und fliege ich gerade hin alter warum sind man Chunks zu niedrig ich freue einfach mal meine Chunks auf 32 hoch wie das hat Chunks neu ich glaube F3 A glaube ich einfach ja einfach 3 A F3 A lebt dann Chunknoss es liegt durch muss ich glaube ich gerade ich habe einen Steinschwert gemacht mich hat jemand und Alter hat jemand Eisenschwert gehabt öhöö gehabt Prozent dazu kommen will ich ja doch das nicht schmiede Prozent okay ich allerdings nicht mehr und ich bin tot und recht ja okay heute wir sind doch ein kurzer Katz und und zurück nach dem Katz und die ja so grad die und immer lässt nicht machen sollte also so ein bisschen ich erkläre kurz den Spielmodus und unsere Taktik Pultwürttemberg hat sich natürlich muss ich ins Wurzeln wir gucken Stille Rudel in Zettling also wir suchen außen nach Holz während wir noch am Sporn sind und uns freigraben müssen und dann folgt dann wenn jemand Holz gesichtet hat dann führt er den anderen zu diesem Holz und dann bauen wir jeder fünf Holz ab und graben uns nach unten bauen Steiner machen uns Steinschwerter und gehen in den Kampf ja wir gehen gar nicht in die Mitte oder ne in die Mitte gehen wir nicht mach ich auch mach ich nie eigentlich gut wir sind direkt nebeneinander hallo siehst du Holz irgendwo äh ich glaub in die Richtung war äh bin draußen komm du musst die Erde abbauen komm mit mir ich seh dich nicht warum stehen alle bei mir AFK rum bei mir stehst du auch AFK rum ich laufe jetzt einfach ich hab'n Standbild stopp äh wo bist du ich bin in die Richtung gelaufen in die direkt geradeaus vom normalen Sporn äh na gut jetzt zieh' dich jetzt zieh' dich jetzt zieh' dich lauf alter lag das gerade komm ich laufe ja siehst du irgendwo Hals oh man ich werde so ganz da zurückgebackt äh wir müssen gucken dass wir schnell Holz finden weil sonst kennen wir uns keine Waffen und so lauf 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 so noch treffen wir uns nachher in der Mitte da wo muss es doch Holz geben wenn man in diese verkackte Richtung läuft äh ja damit das hat immer seine Probleme ich hatte schon öfter dass auf der Mähebe beim Border nirgends Holz war ich laufe jetzt einfach in der Border entlang ich bin nicht mal beim Bord ich bin 60 Blöcke vom Border entfernt du weißt schon 43 der Border verkleinert sich so jetzt bin ich 41 du bist es doch dahin Achtung Gegner hinter und die hin zwei Gegner sind in der Nähe von dir die haben Holz ich hab' gar nichts ich greife mich an ich laufe Team Sexy wurde vernichtet bei mir war letztlich die Map nicht Team YouTube YouTube ihr wisst schon dass ich es tut mir leid dass ich ähm gerade kein Text und Paket drin hab sondern nur dass die Falle weil es war halt irgendwie es hat gerade eben so gelegt dass ich es halt rausnehmen musste und jetzt spiele ich halt ich glaube ich hab sie abgehängt ja ich hab sie abgehängt jetzt spiele ich halt die Runden hier jetzt ohne Text ich hab' einen Lavasee gefunden und Kürbisse wenn du irgendwie Holzfinister mach' ich ja Kürbis auf das ist lustig also ich glaube irgendwie haben nur wenige Leute entschwert bewege ich mal wieder in die Mitte wir treffen uns in der Mitte ich hab kein Holz ich suche gerade Holz ich bin jetzt gleich wieder hast du Holz gefunden nein noch nicht aber ich bin gerade auf dem Weg zu Holz ich weiß ja wo es ist hast du Holz gefunden also hab' noch nicht noch nicht geh deshalb in die Mitte ich war gleich verkleidert sich der Border da ich bin 200 Blöcke von dem vom Borde entfernt Hilfe Schlucht ich 260 Blöcke jetzt 270 bewege mich ganz schön schnell gerade ich bin in der Mitte lauf' jetzt mal eine andere ich bin jetzt auch in der Mitte damit ist niemand damit ist niemand ich bin gerade ich bin direkt auf dem Bieten da ich sehe dich ich sehe dich durchsucht die Chests hier ist nirgendwo ich hab' ne Holzhacke aber das macht keinen Schaden wenn du irgendwo Sticks findest hier ist noch Essen drin ich sehe hier kann ja eigentlich die Kiste hier sind Schneebälle hier ist Schneebälle ach diese Prismarine Blöcke sind Chests hier ist noch Brot gut ich hab' ähm zwar Holzhacken allerdings machen die keinen Schaden plus alter warum lädt sich bei mir die Map nicht F3A ne nochmal hier ist ein Zombie also muss unter uns einer sein nein ein Zombie ja renn einfach ja ich laufe ich suche gerade ich suche weiterhin nach Holz okay den Mund verbleiben wir in der Mitte wir können da nach unten in die Schlucht springen aber ne da finden wir eh kein Holz du hast wenigstens ne Waffe das ist gut das ist keine Waffe die macht keinen Plusangriffsschaden das weißt du aber sie macht wenigstens irgendwas nein eigentlich tut sie gar nichts muss mich mal kranker so also wieso gibt's kein Holz das regt mich jetzt schon wieder auf hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi ich sehe nicht ich sehe nicht ich sehe es Alter das wird leid das wird gönnen wir uns das und dann sofort in die Mitte bevor wir in den Bordelein laufen am besten holen wir uns noch während ich hier hier ist die Gericht hier war schon jemand hier war schon jemand wenn hier jemand war es ist kein Problem ich hab den Stick gekriegt einen aber nur gut es reicht wenigstens für einen Steinschwert wir müssen uns jetzt ein bisschen äquipen ich kann sehr schnell kraften das ist kein Problem ich mach nochmal Sticks ich mach dir noch schnell ich hab jetzt zwei Holzschwerter gut gib mir eins dass wir uns im Fall dass hier jemand kommt verteidigen können komm 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 ich hab jetzt allerdings hier bleib stehen hinter dir hinter dir gut ich geh da runter da unten hab ich den Stein gesehen ja hier ich hole mir den Stein schnell ich hol mir vier Stück und und crafte uns dann ich hol mir schnell die ich hol mir schnell die ich hol mir schnell den Crafting Table von hier oben ich hab hier unten einen ja ich hol mir trotzdem die von hier oben mit der stand aber schon eine Weile die Border kommt überall ins näher ich mach nur schnell zwei Steinschwerter gut ähm kannst du mir noch eine Steinspitzacke dann machen ich brauch noch Holz ich brauch schon noch ich hol schnell noch Holz ich hab genug ich kann den Steinschwerter machen ich hab Holz ja ich brauche aber noch ein bisschen anderes Holz Wofür? ich hab eine Steinschwerter für dich gut und ein Steinschwert hast du? ja ich hab auch ein Steinschwert für dich ich mach mir auch noch schnell den Stein ups ich bin runtergeflogen warte hier Steinschwert Steinschwert und Steinpickel hab ich dir beides hingeworfen ähm so äh was brauchen wir denn noch gar nichts jetzt ab in die Mitte in der Mitte da gibt's ne Schlucht in der Mitte komm ich weiß vielleicht finden wir der Eisen die Border kommt immer näher wir müssen laufen und zwar schleunigt ich muss ein bisschen weiter vom PC wegrücken dann kann ich vier Teams sechs Spieler gibt's noch gut das heißt zwei Teams sind schon mal alleine wenn wir jemanden mit der Mitte stehen stehen ich musste ich mein Schwert auf dem ersten Ding machen Apropos will er es fern komm mal zu mir komm mal zu mir ich glaub Friendly Fire ist an die Versuchsmarkt ja ist an Friendly Fire ist an und man kriegt selber Schaden wie bei Waro das heißt wir müssen gucken dass uns nicht gegenseitig töten mhm Scheiße die Border kommt die Border kommt die Border kommt die Mitte war in die Richtung wir laufen gerade perfekt ja das weiß ich auch wenn jemand in der Mitte ist sofort drauf gehen der muss so weggeräumt werden egal was er hat wenn ich zusammen auf gleichzeitig auf den drauf kloppen willst du auch ein Kürbis haben? da vorne ist noch einer ne Dank das versteckt Bernd mir nur die Sicht wenn ich das Becks hätte dann könnte ich sogar durch den Kürbis noch durchgucken aber ja die Fall ist ein bisschen doof ja heißt die wir laufen Richtung Border das heißt wir sind schon in der Mitte vorbei folgst du mir? nein das ist nicht an der Mitte vorbei ich weiß ich warte deshalb hier hinten auf dich hier lang ach klar was ich weiß wo wir lang müssen Aua ich glaube ich weiß auch wo wir lang müssen ich glaube man kriegt durch Sprinten hier keine Hungerbalken verloren nur durch Herzen regenerieren muss das aber auch gar was essen ich nehme es aber schnell mal dieses Schweinchen hier mit hier ist eine Höhle lass reingehen lass reingehen lass reingehen nein es ist immer wir sind ich sogar die Mitte dahinten dahinten 200 Blöcke von der Borde entfernt da ist Mitte da ist Mitte ja die Borde die Borde kommt nicht so nahe an die Mitte wir müssen einfach nur die müssen einfach nur herunterlaufen kommen hier unten Höhle Eisen ich such grad Eisen komm hier unten komm hier runter in die Höhle ich bin hier runter gehören du bist runtergegangen ich war oben und hab da geguckt ich denke die Kohle mit für um sie zu befeuern was will ich tun du musst du kannst du da unten geschehen das Wasser blockieren ich stecke hier unten fest Rutsch bist du da hier unten kannst du mal bittes Wasser weg machen weg danke hast du Eisen nein noch nicht ich so gerade auch ich kann uns ein paar Fackeln kraften na gut kann ich auch machen ich hab jetzt 6 Kohle das dürfte reichen oder ja das dürfte reichen ich hab auch nochmal 4 ich muss mal ganz kurz gucken wir sind auf Höhe 60 das perfekt für Eisen ich hoffe wir finden welches ich guck ich guck ob jemand ich guck ob jemand kommt beeilen wir uns ok vielleicht schaffen wir es uns ein Eisenschwert zu machen ich glaube nicht ich glaube ich möchte auch wir brauchen eher Rüstung Rüstung nee ich werde da werden es hat einer die Runde verlassen die Borde schrumpft nun hast du was gefunden ich grabe ich gerade noch unten okay die Borde schrumpft ein Block alle 15 Sekunden alle 5 Sekunden schrumpft die Borde um einen Block ich habe nichts gefunden bisher also gut mit dem Eisen wird es wohl nichts es wird jetzt auch Nacht das heißt es kann gefährlich werden ich wurde mich gerade ein bisschen weiter runter ich folge dir ups ich hab dich zum Glück nicht geschlagen ich bin dann zum Glück auch pünktlich wieder rausgegangen aus seinem Kopf das sehe ich am besten weil falls jemand das Glück gut ist wenn jemand von oben runter kommen pass auf wenn wir ungefähr bei wenn wir unter 50 Blöcke sind raus hier oder unter 100 weil sonst ich hab Kohle gefunden ich glaub hoffentlich finden wir Eisen es gibt wenigstens wenigstens für ein Eisenschwert wäre cool wenn es Kohle gibt sollte es aber auch Eisen geben ich guck mal ich grabe mich mal grad seitlich rein ich ich gucke ob ich was finde es wird so lustig wenn wir dir es finden aber kein Eisen haben gg gab ich nicht zu tief weil er unter 30 wird glaube ich Eisen wieder weniger oder unter 10 ich bin ich komme jetzt hier einfach raus meine Spitzhacke ist fast hinüber nein ist auch nicht grad noch gut im Takt gib mir mal deine Spitzhacke ich bin ich hin ich komme jetzt hier gibt es mir immer dann kann ich so zusammen craften ich hab ich habe nicht genügend Holz für einen Crafting-Tag okay ich hab 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 ich was mit der Zeit Eisen nahe ich noch nicht aber ich hätte ich hab ich hab ich hab ich habe eine nagelleue Spitzhacke jetzt muss ich mal durch ja mach und ich glaube so lange auch mal eine neue Spitze aber ich glaube Eisen wurde hier runtergedreht glaube ich auch weil sonst findet man eigentlich immer ein Höhlen mindestens ein Eisen ich hab Eisen okay 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 wie viel es reicht für es reicht für zwei Eisenschwerter auf jeden Fall für drei Eisenschwerter würde es sogar reichen es sind sechs Eisen gut dann tu's in den Ofen hab ich hier vorne rein die Sticks hab ich noch und Holz hab ich auch noch ich mach schnell noch ich hab auch noch ein paar Sticks warte eh du dann wirf mir mal schnell Stick hin okay Stick hin wirf ich hab noch einen ich hab noch einen weißt du kann ich schnell ich guck nach dem Eisen okay ich hab ich hol sie mal raus okay ich crafte ja lass mich das Eisen rausholen ich ich werf sie dorthin dann kannst du nehmen ich hab ein Eisenschwert hab ich so ey wenn wir dann mit Eisenschwerter rausgehen die Border schrumpft weiter ja wie viel Blöcke noch 100 sobald wir das haben gehen wir raus okay lassen wir hier kein Eisen zurück weil wenn die anderen das kriegen dann haben wir keine Chance ich hab wieder genug für ein Eisenschwert gut her damit danke gut ich hab noch mal eins guck guck mal ob weißt was die das Eisen was wir hier jetzt noch übrig haben das behalten wir und falls wir noch mehr finden ich hab hier und ich glaub hier wir müssen die Richtung wir müssen in die Richtung hier weiter kommen ich muss schnell was essen ich schau mal ob jemand kommt okay ne ne bleib hier unten bleib hier unten ich hab nur geguckt ob jemand kommt die Kohlen nehme ich auch schnell raus und den Crafting Table nimm die Crafting Table gut ja mach ich hab ich gerade noch so dran gedacht und bin schon zurückgegangen hoffentlich finden wir noch Eisend das war richtig geil man hätte hier aber jeden Moment müssen wir hier rauskommen okay sobald wieder jemanden ein Eisenärzt Ding findet das kann bauen wir die ab schmelzen die und machen uns daraus noch Sachen ich glaube Rüstung oder so einer von uns ja ein einer vielleicht ein Brustpanzer und zwar du weil du besser PNPVP bist ich bin nicht ganz so gut wie du ich mache es nicht die ganze Zeit ich suche da was wir nähern uns übrigens gerade der Mitte dürften jetzt gleich in der Mitte in der Schlucht rauskommen die die Stimmt da haben wir ja nicht nach Eisen nachgeschaut es liegen noch zwei Themen der ist nur noch allein und wir haben Eisenschwerter wir hätten eine reelle Chance aber was ist wenn der Rüsti hat wir haben ja keine Rüsti die meisten haben hier nicht in der Welt nie keine besseres als Leder Rüsti der Letzt hat jemand also Eisenbrustpanzer an hatte hier sogar mal Dias wir können bis nach unten graben ich habe noch ein bisschen weiter nach unten ich habe das Eis und alles dabei Ofen können wir uns ja sowieso nach Kraften ich glaube gerade ein bisschen hoch und gucke ob ich noch mehr Eisen finde okay mein Spitzhack ist kaputt gegangen aber ich habe noch eine ich kraft mir mal eine neue weil mein ist auch gerade fast kaputt zum Glück habe ich noch ein bisschen Holz dabei so den Crafting-Table schön mitnehmen außerdem haben wir so viel Stein dass wir uns eigentlich Probleme auch mal einen kleinen Turm bauen können da sonst Problem ist zehn Kilometer auch bauen können na gut ist es bloß du ich habe nichts gefunden bisher ne ich auch nicht ich verlasse es auch nicht immer sauber reingegraben ja richtig krumm ich hoffe auf dem Video passt das so ich hoffe es ist nicht zu dunkel aber das ist die spannendste Runde ever so lange war ich übrigens auch nie dabei und wir sind ganz nah an der Mitte die meine Spitzhack ist kaputt hast du noch Spitzhacken? nein keine mehr setz mal hier in die Wand setz mal hier in die Wand setz mal hier in die Wand setz einfach da vorne in die Crafting-Table ja gut soll ich dir auch studieren ich habe noch eine ich habe wir uns jetzt geradeaus nach oben ok ich habe jetzt zwei Spitzhacken gemacht komm wir machen ich weiß aber nicht ob wo nein wir laufen einfach hoch das ist besser komm das hochlaufen aber dann kommen wir viel zu nah an den Border wenn wir die Border durch die Wand sehen dann sofort zurück wir eilen uns aber spring am besten weil dann bist du schneller hier ja ich weiß ganz ganz oft auf die ganz schnell auf die Dinger-Taste hauen die Bord ist immer noch weit genug entfernt also hier hochlaufen ist kein Problem hoch hier fällt ein Block weiß habe ich aussehen gemacht hast du den Krabbel hier hingesetzt? der war schon Ach er geht um eine Ecke ok wir sind oben die Borde schon ganz nah guck mal die schon rot ja das heißt sie wird kleiner wir wissen ja wo die Mitte ist die Mitte war hier lang die Mitte war da und da sind Zombie da sind ganz viele Spinnen und Endermann ist auch da gucken wir ob wir den Gegner sehen wir könnten uns vielleicht einen Bogen machen ich lauf gerade ich sprinte gerade in die Mitte hier ist niemand geh mal in die Mitte doch hat es doch eine Schlucht unten in der Schlucht ist Wasser weißt du noch weißt du noch ja ich sehe die Schlucht ich komme gerade ich komme gerade ich komme gerade in die Mitte ich so mal rein und gucke ob ich Eisen sehe Kohle sehe ich Kohle 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 komm einfach mal runter nein ich kann von oben da unten war schon jemand ich würde trotzdem gerne mal runterspringen aber ist der an der Typ bleiben wir hier da ist einer der eine Vorsicht er ist eine Full Ivan der hat eine Full Ivan ich sehe ich sehe es Achtung ich komme von hinten lauf der Bogen hatte auch ja hatte dich schon gesehen jetzt komm hilf mir ich habe keine voll Herzen ich bin tot hast du ihn schaden gemacht ja schon aber du kannst kannst du nicht machen der aber ja gut also wir waren nicht schlecht wir waren ganz gut eigentlich ist ein Gigi aber wo hat er die Eisenrössi auf ich muss ich habe auch Gigi kommst auf YouTube ja Leute das war eine Runde Revo und ich hoffe es hat euch gefallen und haut rein Ciao